Also, die Anina hat mich heute irgendwo hingefahren, nach Trier zum Fotoshooting. Ich sag euch, ich komm hier rein, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Das ist ja alles so aufregend. Ich werde heute auch schön gemacht, auch Anina, die lässt was Verrücktes machen. Ich möchte auf Natur. Ich melde mich wieder und dann werdet ihr sehen, wie ich aussehe. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir wieder zu Hause und wir haben uns köstlich amüsiert heute Nachmittag. Ihr wisst ja, wir waren im Fotoshooting und meine Nichte hat sich ganz besonders toll hergerichtet. Vielleicht wird sie euch auch ein Bild zeigen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft. Das war nämlich schon ganz schön aufregend. Erstmal darf man sich nicht bewegen und da muss man lächeln. Und man muss so lange warten, bis das Foto fotografiert worden ist. Aber ich habe alles ganz gut überstanden. Und fröhlich sind wir zum Auto geschlendert und sind nach Hause gefahren. Und hier sind wir natürlich, was ist mit euch los? Weil wir ja so schön geschmückt waren. Und dann hat man uns empfangen und am liebsten und am besten haben uns die Hunde empfangen. Die haben sich sowas von gefreut. Wir haben nämlich sie auch gleich gefüttert. Ganz klar. Und jetzt machen wir uns noch ein bisschen gemütlich und werden von dem Nachmittag heute noch ein bisschen zehren.